Ich habe jetzt die Jungs von Milky Chance bei mir, nämlich der Philipp und der Clemens. Herzlich Willkommen, heute Leipzig, ausverkauft, natürlich sind alle Konzerte auf der Tour ausverkauft, habt ihr da vielleicht zu tief gestapelt und hättet lieber ein Stadion spielen sollen? Ach nee, lieber erst mal klein und dann bevor es zu groß ist und dann kommen die Leute nicht, wäre ja blöd. Ihr habt ja euer eigenes Label gegründet, macht das mit Freunden zusammen, das stellt man sich ja schön familiär vor und sicher auch lustig, aber wer hat denn da das Sagen? Also gibt es da irgendjemanden, der auch mal auf den Tisch haut und sagt, Jungs ihr müsst euch jetzt mal zusammenreisen und arbeiten oder wie kann man sich das vorstellen? Es ist alles sehr demokratisch, würde ich mal sagen, aber jeder hat mal auf den Tisch. Jeder hat mal seine schwächelnden Phasen und dann kommt der eine und sagt, hier so geht das nicht und dann dreht sich der Spieß auch mal, das ist immer hin und her. Wie ist das bei euch beiden, wenn ihr zusammen aufs Tor seid, ihr seid ja Freunde, ist das gut für die Freundschaft oder kann das auch echt eine Schmerzprobe sein, wenn man ständig aufeinander hängt? Nee, das ist definitiv, glaube ich, das Wertvollste an der ganzen Geschichte, weil wenn du halt die ganze Zeit aufeinander hockst und dich nicht verstehst, das wäre blöd bei dem Job. Nee, das läuft bestens und das war vorher so, ist noch so und wird hoffentlich immer so bleiben. Ihr werdet ja ganz oft gefragt, wie ihr mit dem Ruhm jetzt umgeht und man hat immer so das Gefühl, ihr verarbeitet das gar nicht richtig, könnt ihr das im Moment überhaupt leben, was da passiert? So auf Tour ist es schon schwer, damit das zu reflektieren und die Erkenntnisse zu erlangen, weil du hast halt eigentlich permanent neue Eindrücke und permanent was zu tun und dann ist es schwierig. Aber zu Hause geht das schon. Gibt es für euch den typischen Milky Chance Fan? Bei den Konzerten sind halt immer sehr viele junge Menschen und vielleicht auch viele junge Mädchen, weil die Älteren sind halt nicht so die Konzertgänger, das sind nicht so, die kaufen sich auch die CD und hören die zu Hause chillig auf dem Sofa. Man kann bei Facebook, wenn man so eine Musikerseite hat, kann man so Statistiken angucken. Und da seht ihr halt von den Likes oder wer einem folgt, Altersgruppe männlich-weiblich. Und das ist immer fifty-fifty. Clemens, du schreibst die Texte und sagst, du nimmst das so ein bisschen aus deinem Umfeld, aus deinen Erfahrungen. Warum schreibst du denn nicht in Deutsch? Weil ich das nicht kann. Oder ich traue es mir nicht zu. Also ich finde das sehr schwer. Für mich ist es sehr schwer, einen deutschen Text zu schreiben, der gut klingt. Oder irgendwie die richtigen Worte zu finden. Kann man sagen, dass im Moment die Zeit eures Lebens ist? Nehmt ihr das so wahr? Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Zeit und intensive Zeit und aufregend. und es passiert viel. Und ja. Ich habe einfach nur den Artikel. Es ist eine, nicht die. Weil was ist denn die? Es ist eine, oder? Keine Ahnung. Es ist eine ziemlich krasse Zeit in unserem Leben. Macht ihr euch da gar keinen Druck? Weil gerade du als Texter, man hat ja dann schon jetzt gewisse Vorstellungen. Wenn man weiter geht, zweites Album. Jetzt ist es nicht mal so locker leicht mit, ich lad mal was bei YouTube hoch. Ich denke da schon drüber nach, aber ich versuche das von mir wegzuhalten. Und vor allem nicht die Musik davon beeinflussen zu lassen. Ohne jetzt irgendwie darüber nachzudenken, das könnten die Leute mögen oder nicht. Einfach das, was man feiert in dem Moment. Geht es auch, dass man da mal zum Beispiel einen Teil seiner Familie mit auf Tour nimmt? Oder ist das bei euch eher nicht so? Manchmal, also beim Tourstart war mein Papa da. Mein Vater war auch jetzt am gleichen Tag da. Und der, ja, kam nicht so ganz klar. Nee, das war halt für den schon krass. Der schon, ich meine, nach dem Abi zu sagen, jo, wir wollen mal ein Label gründen und so. Gib mal Geld. Und dann machen die das und dann klappt das. Und er hat es halt nie so richtig gesehen bis dato. Also was wir eigentlich machen. Ja, ich glaube, das hat ihn schon geflasht. Dann war es das eigentlich auch schon. Ich freue mich auf euer Konzert, wünsche euch einen ganz schönen Abend in Leipzig. Ich hoffe, wir können mit Dresden mithalten. Und wir verabschieden uns von euch. Tschüss. Super, vielen Dank. Dankeschön. 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 Untertitelung des ZDF, 2020